Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner tagesloses Angeberwissen und wir haben heute den 27. März, am 27. März hat Geburtstag Manuel Neuer, Manuel Neuer hat Geburtstag, weltbester Torhüter über Jahre hinweg, was denn? Schalker. Ja, Schalker und Bayer dann später, ne? Ja, für einen Dortmunder ist es ein bisschen doof, ne? 1968, am 27. März 1968. Mach doch wenigstens mal das Bild von. Das hier, Manuel Neuer, prima, toll, alles super. 1968, ja, 1968, am 27. März wurde der Numerus Clausus eingeführt und das macht es dem Sascha schwer, da zu studieren. Ja, allerdings, ja, ich musste über Wartesemester, musste ich dann irgendwie da rein. Warum wusste ich das? Ja, das stimmt, ehrlich, ja. Ich kam über Wartesemester, habe ich dann irgendwie dann, ich habe also sowieso gewartet, weil ich zwischen Abi und Studium hatte ich eine Zeit lang, das habe ich als Wartesemester sozusagen angerechnet bekommen und dann habe ich den Numerus Clausus dann, ist egal, ist egal. Ja, also Numerus Clausus wurde eingeführt, 1968. Und am 27. März 1813 erklärt Preußen Frankreich den Krieg, damit beginnen die Befreiungskriege gegen Napoleon I. Das war am 27. März. Das ist auch mal das Angeberwissen, das wir euch jetzt hier weitergeben können. Damit könnt ihr jetzt raus in die Welt gehen und könnt ein bisschen selbst angeben, ne? Wie gesagt, Preußen erklärt Frankreich den Krieg, Numerus Clausus wird eingeführt und einen Geburtstag hatten wir auch. Ja. Cheerio, Miss Sophie! Bis zum nächsten Mal, 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 bis